Warum neues Mineralfutter langsam anfüttern? Um die Akzeptanz des neuen Mineralfutters beim Pony oder Pferd zu erhöhen, ist es wichtig, dass es langsam angefüttert wird. Sowohl an den Geschmack und den Geruch muss sich das Tierast gewöhnen. Warum den Eimer oder Sarg eines neuen Mineralfutters offen stehen lassen? Damit sich der spezifische Geruch des Mineralfutters verflüchtigen kann und die Akzeptanz der Tiere erhöht wird. Es ist geeignet, sich einen Mineralfuttersack oder Eimer offen stehen zu lassen. Dafür wird der Eimer einfach offen, geschützt, dann im Ort vor Nagetieren stehen gelassen und dann langsam wieder angefüttert. Welche Tricks gibt es, Mineralfutter ins Futter einzumischen oder unterzumogeln? Dabei sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Es eignet sich das tägliche Kraftfutter, das Krippenfutter, Mesh, Heukops oder auch Apfelmus. Bei Pferden, die an Stoffwechselerkrankungen leiden, ist wichtig, dass sehr stärkereduziert und zuckerreduzierte Futtermittel eingesetzt werden. Dabei unbedingt an Heukops denken. Teschkens keine Ahnung, gehen wir arbeiten nach. Bis zum nächsten Mal.